Armut ist ohne Zweifel des Schrecklichsten. Wer könnte einer 10 Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein dafür? Ich nehme es nicht. Und andererseits, was schaut beim Reichtum heraus? Auch wieder ein ödes, abgeschmacktes Leben. Da habe ich gearbeitet und gearbeitet und gespart und gespart. Nach dreieinhalb Jahren waren die Hundertgulden erübrigt. Und jetzt bin ich da Schuldenzahlen. So einen veränderlichen Herrn täte aufs Heiraten sehr bald rollen. Macht ein Testament mit dem Zerstörer! Na klar, nur Boxer! Eine solche Lektion hast du aber noch keine gekriegt! Die Schuhe zuerst! Die originelle Wahl. Ich wähle ohne Wahl. Ich treffe eine Wahl ohne zu wählen. Die erste fremde Frau, die mir heute begegnet, wird meine Frau. Still. Still um alles in der Welt. Ich bin ja kriminalisch. Gehen Sie! Was du da siehst, das ist im Kriminalverfallen. Versteck mich. Ich bin erschrocken, dass ich keinen Tropfen Blut gebe. So erschrecke ich schon seit acht Tagen. Ich glaube sogar, das Unglaublichste ist geschehen. Man hat einen Preis auf meinen Kopf gesetzt. Awe, mein Kopf. Awe, mein Kopf.